Freistoß für den BVB. 40 Meter vor dem Tor. Nevenso Bottic hat sich im Ball hingelegt. Ilkay Gündogan und auch Marcel Schmelzer sind mit am Ball. Alle Leverkusener in der eigenen Hälfte. In dem eigenen 16-Meter-Raum. Er will ausführen oder in den Strafraum bringen. Das ist jetzt die Frage. Gündogan bringt den Ball rein. Vor den Kasten. Und da ist Rummels. Tor! 1 zu 0! Was pfeift er denn jetzt wieder? Stopp! Bist du denn einfach... Wolfgang Stark, das nächste Tor, du Arschloch! Das gibt's doch gar nicht! So was, wenn du alles willst! Und jetzt sagt er was... Lächerlich! Ey, das ist doch nicht mehr wahr, Wolfgang Stark. Der gibt das Tor nicht, mein Gott. Da schickt er irgendeinen Dortmunder Offiziellen auf die Tribüne und gibt das Tor nicht. Celko Bubac muss auf die Tribüne und dafür gibt's das Tor nicht. Wolfgang Stark, fahr nach außen, Mensch! Das ist ja nicht zu glauben, was dieser Mann sich zusammenpfeifen darf. Dieser Korinthen-Kacker vor dem Herrn. So was kann doch nicht wahr sein, ehrlich. Jetzt hat er aber alles gegeben, dass wir hier nicht gewinnen. Jungen, 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 jungen.